Der erste Auftritt von BVB-Profi Sébastien Allaire seit seiner Hodenkrebsbehandlung hat in den sozialen Medien große Anteilnahme ausgelöst. In den Niederlanden wurde der ivorische Nationalspieler mit französischem Pass für die vergangene Saison geehrt. Er habe Glück, sich wieder gut zu fühlen, sagt er der 28-Jährige zu seiner Chemotherapie. Es sei nicht jeden Tag einfach. Dank seiner Frau fühle er sich aber gut. Er habe Glück, es sei alles in Ordnung.